Hallo Frau Krause. Hallo. Wie geht es denn hin? Zur Arbeit. Wo sonst? Und da bleibt das Auto in der Garage. Ich bin einfach ein Fan der Öffentlichen. Man ist ganz nah dran an den Leuten und das tut bei meinem Job auch ganz gut. Frau Krause, herzlichen Dank. Ciao.